Hi Leute, ich bin's wieder an dem schönen besagten Donnerstag. In diesem Vlog mache ich ein krankes Selbstexperiment und zwar challenge ich mich selber. Wow. Ich habe noch nie in eine Zitrone reingebissen. Das hat sich an der, aber irgendwie ist das süß. Boah, wenn ich diese Zitrone schon rieche, ich könnte kotzen. Zitrone in Getränk, geil, aber mehr auf nicht. Alter, aber ich werde da jetzt gleich in einer Sekunde reinbeißen. Und ich nehme die jetzt in meinem Mund zurück. Boah, mir geht gar nicht schlecht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Boah. Ich kann nicht. Oh ne, oh ne, oh ne. Irgendwann später. Oh nein, das geht gar nicht. Das war's mit meinem Leben. Das war's mit meinem Leben. Das war's mit meinem Leben.